Der Wechsel von Hoffenheims Sandro Wagner zum FC Bayern scheint nur noch Formsache, doch der Stürmer hält sich bedeckt. Mehr zum Thema Hoffenheim starr vor Rückkehr nach München, das sagt Hinkes zu einem möglichen Wagner-Wechselverhandlungen laufen, Sandro Wagner will zum FC Bayern Sandro Wagner schwieg. Kommentarlos verschwand der Stürmer der TSG 1899 Hoffenheim nach seinem glücklosen Auftritt beim 1-zu-1 gegen Eintracht Frankfurt durch die Hintertür, dafür sprachen andere offen über den möglichen Winterwechsel des Fußball-Nationalspielers zum Branchenprimus Bayern München. Wir sind gesprächsbereit, aber es hängt vieles an der Ablöse, redete TSG-Trainer Julian Nagelsmann Klartext. Sandro, du wirst uns fehlen für Wagners Sturmpartner, Mark Wood scheint der Abgang des 29-Jährigen schon beschlossene Sache.